Ich verstehe nicht, warum auch in der alternativen Szene, also Leute, die sich ja mit dem ganzen System beschäftigen, da frage ich mich halt auch immer wieder, warum bereitet ihr euch nicht rechtzeitig vor? Warum wird das nicht rechtzeitig gemacht? Warum muss das immer so weit kommen, dass wir quasi einen Arschtritt bekommen? Warum muss immer alles in Flammen stehen, bis wir etwas ändern? In solchen Zeiten wie diesen finde ich immer sehr interessant, wie die Menschen sich verhalten, wie sie reagieren. Jetzt ein aktuelles Beispiel mit der Gaspipeline Nord Stream, dass die zerstört worden ist. Und ich finde es halt auch momentan mit der Inflation, damals auch mit der Pandemie oder auch jetzt mit dem Klimaschutz, diese ganzen Sachen, diese in Anführungszeichen Krisen, wie die Leute da zum Teil darauf reagieren anstelle auch zu agieren und wie viele sich auch meckern und auch sehr viele sich beschweren, obwohl die ganzen Sachen sehr vorhersehbar sind oder absehbar und auch seit Längerem bestehen. Wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, das Problem, also der Klimawandel in Anführungszeichen, dieses Problem, was ich mir als Problem mit der Natur bzw. die Verwüstung der Natur anschauen würde, in dem Zusammenhang, das besteht ja jetzt auch nicht seit die letzten paar Jahre, sondern auch seit mehreren Jahrzehnten, dass wir halt aufhören, so an unserer Natur zu verhunzen, dass das unsere Lebensgrundlage zum Beispiel ist. Und was man jetzt dafür irgendwelche Lösungen da anbietet, da kann man nochmal separat was dazu sagen. Aber ich möchte jetzt einfach nur auf den Punkt eingehen, dass wir halt Probleme mit unserer Erde haben, mit unserer Natur. Dieses Problem besteht aber auch schon länger. Dann auch mit gewissen Krankheiten, wo ich jetzt auch nicht näher rangehen möchte. Und dass es halt immer wieder sowas gab. Also Schweinegrippe, H1, Z1, die spanische Grippe, immer wieder solche Epidemien, die aufgetreten sind. Und das ist ja auch schon seit Jahrhunderten bekannt. Und die Menschen haben da auch nicht so richtig Lösungen jetzt gefunden, um die Ursache zu beseitigen, sage ich mal. Es wurde meiner Meinung oder meiner Ansicht nach immer nur Symptome behandelt. Um die Probleme zu lösen. Das ganz genau ist gleich jetzt zum Beispiel mit der Inflation und unserem Geldsystem. Wer sich damit beschäftigt hat, mit dem Goldstandard, der aufgehoben worden ist, mit dem Bretton Woods Abkommen. Das ist auch schon mehrere Jahrzehnte schon her. Und das war auch absehbar, dass wir jetzt hier in dieser Finanzkrise, in dieser Rezession, sage ich mal, wieder uns befinden, weil 2008 hat sich nichts geändert. Da wurde einfach nur die Schulden umgelegt. Und die Finanzinstitute haben bisher immer noch alles weiterhin so gemacht. Also wundert es mich nicht, dass die Preise jetzt nach oben steigen und die Leute jetzt weniger Geld und alles Mögliche haben. Es ist wahr, wenn man ganz genau hinschaut und nicht beide Augen zuhält und alles Friede, Freude, Eierkuchen sieht, war das halt irgendwann absehbar, dass das jetzt uns nochmal komplett um die Ohren fliegt, weil wir da auch keine Lösung gefunden haben. Genau das gleiche jetzt wie mit dem Konflikt mit Russland. Und dass das jetzt nicht seit 2022 stattfindet, sondern seit 2014 findet dieser Konflikt statt. Und ich weiß nicht, warum jetzt alle auf einmal da seit dem Jahr oder seit kurzer geraumer Zeit da jetzt sich ein Bild machen oder eine Meinung machen und dann hier auch Hetze zum Teil betreiben. Und natürlich auch wieder von beiden Seiten. Da gibt es genug Leute, die da in tiefe und energiezernende Diskussionen da auch mit reingehen. Und das auch mit sehr viel Halbwissen, sage ich mal, obwohl dieser Konflikt halt wie gesagt schon acht Jahre läuft. Und ich finde es auch sehr interessant, wenn dann die Leute sagen, ja, wir müssen unabhängig vom russischen Gas werden, obwohl diese Abhängigkeit auch schon seit mehreren Jahrzehnten wahrscheinlich schon andauert, dass wir da immer unser Gas halt geholt haben. Und bei den ganzen Punkten möchte ich einfach auch da zurückkommen. Genauso wie jetzt auch mit den Landwirten. Und die Preise steigen auch bei den Lebensmitteln enorm. Obwohl viele Leute vergessen, dass selbst vor der Inflation und vor der Rezession es einfach nur spottbillig war, wie wir Deutschen auch zum Teil unser Essen bekommen. Ich meine, wenn man Erntehelfer hat, die nur drei Euro die Stunde verdienen, damit man einen Spargel hat, der dann nur zehn Euro das Kilo kostet, kann man sich dann auch mal fragen, wie spottbillig eigentlich die ganzen Sachen sind, die im Supermarkt angeboten werden. Auch beim Fleisch, zum Beispiel bei der Massentierhaltung, wo ich mir denke, woher kommt, wie soll der Landwirt da jetzt Geld verdienen, weil ich ja selber in dem Anbau damit tätig bin. Und man schon eine sehr große Fläche auch bräuchte, um da das wirklich genug Geld zu verdienen, auch fürs Alter. Und das ist halt einfach nur sehr interessant, dass sich die Leute jetzt darüber beschweren, dass die Lebensmittelpreise gestiegen sind. Und ich wundere mich halt einfach vor der Inflation und Rezession, dass die Leute sich immer darüber beschweren, dass das Essen zu teuer ist und sich keiner mal irgendwie bewusst macht, wie es ist, als Landwirt zu arbeiten. Beziehungsweise wie der Tag da abläuft und wie viel vom Aufwand, den du da reinsteckst, wie viel Ertrag du da letztendlich hast. Und das ist einfach nur lächerlich. Und das sind sich wahrscheinlich nur sehr wenige bewusst. Nichtsdestotrotz, bei den ganzen Sachen, wo sich die Leute jetzt aufregen und meckern, dass es jetzt auch alles so schlimm ist, dass es jetzt so scheiße ist und alles nicht so ist, wie es sein sollte oder wie es laufen sollte. Also die Blase platzt, die Komfortzone wird immer kleiner, geht sozusagen weg, man muss immer wieder mehr raus aus der Komfortzone und das gefällt den Leuten auch nicht. Und da ganz einfach, ich verstehe nicht, warum auch in der alternativen Szene, also Leute, die sich ja mit dem ganzen System beschäftigen, da frage ich mich halt auch immer wieder, warum bereitet ihr euch nicht rechtzeitig vor? Warum wird das nicht rechtzeitig gemacht? Warum muss das immer so weit kommen, dass wir quasi einen Arschtritt bekommen? Warum muss immer alles in Flammen stehen, bis wir etwas ändern? Warum muss das so weit passieren, das wird ja unser Leben ändern. Also anscheinend brauchen wir halt immer einen Stupser, etwas Unangenehmes, das wird unser Leben ändern. Beispiel, wenn jemand übergewichtig wird oder Probleme mit seinem Körper hat, irgendwie chronische Krankheiten und so, dann fangen die Leute an, darüber nachzudenken, ihre Ernährung umzustellen und mehr Sport zu machen. Obwohl es ja bekannt ist, dass man halt, schauen Sie, dass man sich gesund ernährt, dass man wenig Chemie zu sich nehmen soll, weniger Medikamente und viel Sport machen muss. Es ist doch alles bekannt. Ich weiß nicht, warum es dann immer so eine große Überraschung ist, wenn dann das Feuer ausbricht und die ganze Welt zusammenbricht. Genauso wie mit dem Naturschutz oder die geringe Bezahlung der Landwirte, was ja auch mit korreliert. Wenn die Landwirte vielleicht irgendwann keinen Bock mehr haben, Essen anzubauen oder zu produzieren oder Anbaumethoden nutzen, die unsere Natur kaputt machen. Es ist doch bekannt, dass wir ziemlich viele Gifte auf unsere Felder streuen oder dass ein Apfel zum Beispiel im Supermarkt 17 Mal gespritzt wird. Es ist doch alles bekannt, dass der Regenwald, dass wir den kontinuierlich abholzen, auch für die Sojaproduktion zum Beispiel und für andere Sachen, Palmöl anbauen, Plantagen da ansetzen, da auch Chemie ohne Ende einsetzen. Das kann man überall im Internet nachschauen. Und wenn ich dann auch sehr viele Leute frage, dann kommt das auch zum Teil raus, dass das dann so ist. Es ist sehr viel bekannt, auch mit dem Geldsystem, dass es marode ist. Da kann man auch schon, es wird auch schon sehr offen, auch von den offiziellen Seiten oder Institutionen auch gesagt, wenn man da ganz genau hinhört, wenn man sich da ein bisschen recherchiert. Es dauert halt nur ein bisschen Zeit, da muss man sich halt, wie gesagt, auch andere Prioritäten setzen, wenn man sich da informiert. Aber es ist immer noch bekannt, zum Beispiel auch das Schulsystem, dass das nicht optimal ist. Man sieht ja draußen, was da für ein Ergebnis rauskommt für Menschen in der Arbeitswelt und sowas. Und wenn man mit älteren Leuten spricht, die klatschen sich auch an den Kopf und fragen, was ist denn jetzt mit der Schule los? Es ist einfach alles bekannt, dass das Probleme gibt. Und dass die Probleme auch nicht seit Neuestem sind, sondern dass die Jahrzehnte andauern. Das wissen sehr viele Menschen. Nur ist das Problem, wir kommen irgendwie nicht in die Handlung rechtzeitig. Wie gesagt, wir brauchen anscheinend den Arschtritt. Und da auch, wenn ich die Leute immer treffe, die jetzt eine Selbstversorgung und eine Autarkie ansprechen, anstreben und das sofort im ersten Jahr, weil jetzt mit der Pandemie sie sich unabhängig machen möchte. Wo ich meine, dann denke, du fangst viel zu spät an. Das hättest du viel früher machen müssen. Jetzt brennt halt gerade alles und da muss jetzt irgendwie damit klarkommen, wie du da den Schaden kompensieren kannst. Komplett unabhängig werden wir dann schon eine ziemlich lange Reise. Und das ist halt das Problem, was halt dann viele Leute haben. Wir wollen einfach alles sofort und schnell haben. Alles soll sofort heile sein. Kein Prozess, keine Anstrengung, keine Herausforderung, keine Entwicklung. Es soll einfach wie Zauberhand alles sofort da sein. Also genauso wie, wenn ich mir ein Paket bei Amazon bestelle. So ungefähr stellen sich das auch sehr viele vor. Auch sogar Leute, die sich mit den Themen sogar beschäftigen. Die wollen dann, dass alles schön da ist. Irgendjemand soll hängen. Irgendjemand soll schuld sein. Habe ich auch letztens mit meinem Vater geredet. Auch wieder über die Milliardäre, die Elite, sage ich mal, die sehr viel hier steuert, die sozusagen viele Institutionen, Geldströme steuern, dass man die umbringen soll. Wo ich ihn dann gefragt habe, und was bringt es dann? Was bringt es, wenn wir die Leute jetzt einfach umbringen? Weil ich kenne auch sehr viele Leute, ah, diese dummen Milliardäre und die sind böse und alles mögliche. Das sind nur Programme. Diese Programme hindern euch sogar selbst, irgendwie mal Millionen zu machen, finanziell unabhängig zu werden usw. Das ist damit assoziiert, dass ihr dadurch schlechte Menschen seid. Aber warum sind denn diese Milliardäre, Millionäre, warum sind denn die dazu gekommen? Es gibt da sehr viele, ich höre mir ja auch sehr viele Podcasts darüber mit solchen Leuten halt auch an. Das ist sehr viel Arbeit, was da hinter steckt. Die haben ein ganz anderes Mindset. Die haben eine ganz andere Planung. Diese Langfristigkeit haben sie. Weniger Konsum, sondern mehr Produzent. Die verzichten auch auf sehr viel. Die arbeiten sehr viel. Arbeiten an sich. Sie sind nicht reaktionär, sondern aktionär. Also sie gehen in die Handlungen rein und schauen, wie sie halt Sachen umsetzen können. Und das ist ein ganz anderes Mindset, wie wir ja heute haben. Die ganzen Milliardäre zum Beispiel, wie entstehen die? Warum konsumieren die denn? Warum wurde zum Beispiel ein Steve Jobs Millionär, Milliardär? Warum ist denn Apple so erfolgreich? Warum kaufen denn die Leute diese Produkte? Warum konsumieren denn so viele diese Sachen jedes Jahr aufs Neue? Also macht es doch keinen Unterschied, wenn ich jetzt sage, wir müssen alle diese Millionäre töten oder die sollen einfach verschwinden oder die sollen für uns das alles zum Guten machen. Warum sollten die das machen? Das haben sie doch selbst erarbeitet. Das Problem liegt doch bei uns. Unser Mindset ist es doch. Beseitigen wir diese Millionäre, Milliardäre, dann werden halt neue kommen mit dem Mindset. Du kannst ihnen auch das komplette Vermögen wegnehmen. Die werden sich das wieder aufbauen, weil die halt ein anderes Mindset haben, ein anderes Gedankengut. Die meisten konsumieren ja. Was passiert bei den meisten, wenn du denen viel Geld gibst? Die geben es für Konsum aus. Und dann landet das Geld wieder dahin, an einem zentralen Punkt, wo die Leute Unternehmer sind, Investoren, und dann werden sie wieder Millionäre und Milliardäre. So einfach ist das. Und da, um unsere Probleme auch zu lösen langfristig, ist es halt einfach notwendig, dass wir erstens ins Tun kommen, unsere eigene Einstellung ändern, unsere eigene Komfortzone verlassen und da auch mal unschöne Sachen auch haben, auch das Negative akzeptieren und daran wachsen, Herausforderungen akzeptieren und annehmen, an uns halt auch einfach auch arbeiten. Und nicht dann meinen, es kommt jemand von außen, der rettet uns schon. Wir müssen nichts machen. Die Probleme lösen sich einfach. Wir haben ja kluge Köpfe. Und das Einzige, was ich momentan bekomme, ist einfach dieses Meckern, das Rumgeheule und sonstige, auf Demonstrationen gehen, Petitionen unterschreiben und so, das ist alles nur reaktionär. Das ist nicht aktiv von innen heraus. Das ist kein schöpferisches Verhalten. Das ist ja mehr Sklavenverhalten, was die meisten an den Tag legen. Dadurch wird sich nichts ändern. Wir haben gerade diese Probleme, ja, in sehr vielen Bereichen bröckelt es auch bei vielen. Viele werden sich das jetzt auch bewusst, aber es geht nicht schnell, dass wir diese Probleme von heute auf morgen lösen. Das ist ein Prozess. Bei einem dauert es vielleicht länger, bei einem anderen weniger. Und die ganzen globalen Probleme braucht natürlich auch so eine Zeit, um diese auch zu lösen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Und das soll auch den meisten bewusst sein, dass das nicht von heute auf morgen geht, dass man langen Atem hat und Ausdauer hat und nicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr die Flinte ins Korn wirft und wieder in das Verhaltensmuster reinkommt. Das haben ja sehr viele das Problem. Beziehungsweise die Schwierigkeit, Änderungen in ihrem Leben zuzulassen. Und ich habe auch schon mal im Kanal sehr oft auch jetzt in Bezug auf zur Natur gesagt, wie man diese Probleme denn auch lösen kann in Sachen Naturschutz. Es ist ein Prozess, das ist sehr langwierig und dauert lange und ist auch mit sehr viel Anstrengung, Schmerz auch verbunden. Aber je mehr es halt anfangen zu machen, desto einfacher wird es halt auch irgendwann. Und irgendwann müssen wir es halt auch angehen. Wenn wir halt die Chance verpassen, ist auch nicht schlimm, dann passieren halt die Sachen. Da ist halt die Natur, teilt ja nicht in Gut und Böse ein, sondern dann passiert es halt einfach. Und dann müssen wir halt auch wieder mit den Konsequenzen und mit der Verantwortung auch damit umgehen. Und ja, das waren jetzt meine Gedanken jetzt dazu, dass wir halt einfach aktiv werden, etwas machen müssen und aufhören, unsere Energie damit zu verschwenden, zu meckern, zu pöbeln, irgendjemand anderes die Schuld zu geben, sondern einfach mal aktiv selbst unser Zeug in die Hand zu nehmen. Sei es in der Gesundheit, sei es in der Liebe, sei es im Sport, sei es in der Permakultur, in der Selbstversorgung, im Anbau und nicht hoffen oder erwarten, ja, ich mache jetzt eine drei-monatige Vorbereitung auf irgendwas und dann bin ich schon topfit. So einfach wird es wahrscheinlich dann doch nicht gehen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr angeschalten habt. Gerne den Kanal kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken, Daumen nach oben geben, Video teilen an Freunde, Bekannte und Familie, auch auf Telegram zum Beispiel, alles gerne gewünscht. Hilft mir, um den Algorithmus zu pushen, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden. Vielen Dank erstmal dafür. Wer mich und meine Arbeit, beziehungsweise meine unabhängige Arbeit, unterstützen möchte und die ganze Arbeit hier auf YouTube, kann auch gerne mich unterstützen per PayPal, Patreon oder per Bankverbindung. Findet ihr alles auf meiner Webseite unter Unterstützung. Auf meiner Webseite findet ihr auch Produkte, die ich anbiete, aus meiner eigenen Permakultur, die ich mache. Sauerkraut zum Beispiel für den Winter jetzt oder viele verschiedene eingekochte Sachen. Tomatensauce, Zucchini, Tomaten, Ketchup, Apfelmusi und so weiter und so fort. Pflanzen, die ich verkaufe, Saatgutliste. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung und was ich jetzt neu gemacht habe, eine Telegram-Gruppe, um auf die nächste Stufe in Sachen schleimfreier Heilkost, Fasten, Gesundheit, Ernährungsumstellung zu kommen. Ist eine Telegram-Gruppe. Wer da auch Interesse hat, findet ihr auch mehr Informationen auf meiner Webseite. Ihr könnt mich auch gerne kontaktieren, wenn ihr in diese Gruppe rein wollt. In diesem Sinne, vielen Dank für's Zuschauen. Eingeschaltet haben. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Eingeschaltet. Vielen Dank.